ok weiter jetzt sind wir immer noch im komischen heiligtum ist das immer der selbe dann schon oder sonst irgendwas ich gehe schon gucken schmuck ich weiß nicht ich glaube du bist jetzt so reingegangen von alleiner ob wir es nie Ja, ich kann aber nicht das machen. Wow, weißt du, hat das gelangt. Ich komme! Ach so, furcht. Ach so, oh ja, immer wenn er das noch... Oh! Schrot schleppert aber auch. Oft gibt es aber mehr. Lootung, jawey! Schmeckerino! Wow! Oh, ich komme. Daddy Shepard. Daddy Shepard! Äh, ich komme noch nicht hoch. Perfekt. Ich will einen Leiter finden. Ja, hier sind gerade nur 1000 Gegner. Und das Phantom selbst. Ja, ich wusste nicht, dass ihr runtergegangen müsst. Ja, doch. Ja, ich liege ja in Worte. Ich stelle so ein bisschen meine Base. Ach nein, jetzt macht er wieder seine Scheiße. Komm, lauf! Oh! Gerade so noch geschafft. Nein, ich bin runtergefallen wieder. Was ist denn das für eine Kacke jetzt hier, Mann? Dass man auch nicht klettern kann, Junge! Nein! Ist hier nicht noch eine Treppe? Oh, Gottes. Ja, mein... Oh nein, jetzt macht er wieder seine Scheiße. Hm. Obviamente direkt neben mir. Ja, ich glaube, wir aimen auf beide. Auf mir fällt das auch erstmal runter. Hinter dir ist ein normaler Dude. Ja, ich kann grad nicht. Ich bin tot. Ich bin tot. Zum Glätschen gehen. Ne, ich hab dich noch. Jetzt bin ich tot. Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Nein, ich bin tot einiger. Und hier drin im Heilkreis. Genau! Hinter dir? ja ich wollte gerade deutschen jetzt gerade dort schicken das ist das heil treibspiel 22 ein verband weniger aber keine verbindung ich muss bei euch aber das schrubbleiben weil die wesentlichen aber nicht so viel nachlaufen und sie kommen sie ja ist Wo ist denn was alle? Oh mein Gott. Du musst nachladen! Kann das Bremmern? Ja. Daddies! Er macht seine Scheiße. Ja. Runtergefallen? Ja. Ist cool. Oh mein Gott. Kleiner Himmel. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Das war jetzt kacke. Ich habe euch mein Geld des Blutwurz genommen. Das ist weg. Klasse. Danke dafür Spiel. Es war auch nicht mal deutsch, dass ich es genommen habe. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh. Ich bin tot. 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 Oh Gott, Junge! Was? Ja, ich hab zwei Herzen schon verbraucht! Wie dumm, Alter! Zum Kotzen schon wieder! Oh! Macht sein Korn! Macht seine Scheiße! Ja, genau, und es trifft mich halt... Aua! Shit! Belutung, Junge! Ja! Oh! Endlich vorbei! Ich muss noch mal... Macht seine Scheiße! Oh! Mein Hund! Das ist der Scheiß-Typ! Wir haben gar nicht mehr wieder herkommen, Alter! Arsch der Welt irgendwo! Und da kommen 50 Typen! Oh! So bliegt der Kohl! Man hört das doch! Ja, ich war aber gerade mit Streicher-Kidnern hier beschäftigt! Ich bin tot! Perfekt, ey! Man macht sein Dings! Naja, naja! Jetzt hat er mit seinem Scheiß-Blutier getroffen! Ich hab aber übel Blutung, ey! Naja, das ist wenn du von den Pfeilen getroffen hast, dann dummst du dich gleich weg! Boah! Dann kriegst du gleich die Blutung und dann... Ich hab noch rausgekommen gefühlt! Nein! Ich hab noch rausgekommen gefühlt! Ich hab noch rausgekommen gefühlt! Mit zweifacher Blutung und kein... äh... ...nicht so sehr! Das ist doch nicht so! Halt seinem Scheiß-Pfeilen immer! So! Ich schrote die Schiporte schon wieder zu! Hier ist ein Heikreis! Ja, natürlich trifft mich da! Jetzt ist wahrscheinlich... Ficken! So! Lass uns nicht drauf! Los! Ich bin nicht tot! Ja, ich kann dich leider nicht wiederholen. Ich bin auch gleich tot. Ja, das traf ich nicht wegen der Blutwunk. Na, das war auch mein Problem. Perfekt. Du bist tot. Was ist das hell? Alter! Dreck! Gleich noch mal. Ja, sicher war es ja easy, aber... Hätte ich meine Herzen nicht verbraucht, wie so ein Timmy. Und dann kommen außen nichts Pfeile. Das nervt mich halt so, weißt du? Du musst ja vielleicht noch mal zurück gehen und in den Shop gehen und sich verbinden kaufen. Ich glaube, das war es aber jetzt. Ja, der Tunnel ist nämlich... Der Tunnel ist nämlich... Naja, nicht ähnlich. Das war ein Daud ist Daud. Jetzt kann ich ja nicht dieses Timmy-Tunnel. Schattenhäuser. Die Ressource, die vom Fatum fallen lassen wird. Und zur Herstellung als mächtigen Waffen-Mots verwendet werden kann. Die Ressource. Die Ressource. Die Ressource. Die Ressource. was sitzt du da und du darfst mich an alles klar was vielleicht kann man zehn minuten geschlafen könnte mir ein essen denken für die das ist fairwheel ok machen wir ah ein jackpot nice bonfoss bonfire russourcen oder zwei sind Okay. Oh, ich will mir noch etwas sagen. Mäh! Mäh! Ich gucke wir uns dann da, ey. Nein! Puh. So. Du machst zu Baffen, ne? Ah, schön dich wieder zu... Ich möchte Hände nicht weiter... Sicher. Sicher. Äh, wie viel Kohle habe ich denn überhaupt? Ja, gut. Bitten... Kohle nochmal... Ah ja, da. 26 Geschmiedetes Eisenteil. Henla... ...ja... ...ja. Altmetall. Hammer. Altmetall. Schmuert. Jackgewehr. Schwotie. Das Schwert soll ich halt schon mehr fühlen, aber es ist schwächer als beim Nütziges. Das ist ein Schüttelpflanz, okay. Ich muss arbeiten. Deine Schnauze da hoch. Super sympathisch dir, Alter. Braint Munition, was? Mal des Jägers. Und hier deine Wegele von blablabla. Okay. Ich muss arbeiten. Ähm. Ich hab keine Lust zu reden. Ich hab keine Heilung mehr, ne? Ist ja irgendwie auch doof. I gott. Ich werde halt ohne Heilung. Ach ne, Gegenstand kaufen, ich bin dumm. Kann ich denn Gegenstände verkaufen? Lass uns tauschen. Stimmung? Ne. Ach, die können gar keine Gegenstände verkaufen. Bis später. Hallo. Ich möchte handeln. Kühlmittel. Ach man, ich bin... Auf mich anzuschreien. Was tut man nicht, Pepper? Halt mal Schaden. Wird im Traumaprozent erhöht verursachter Gesamtschein. Wie dumm. Scheiß, Alter. Wo verkaufe ich denn nochmal Rüstung? Keine Ahnung. Ich habe keine Rüstung gekauft, bis jetzt so... Ja, ja. Mach's gut. Oh ne, fertig, fertig mit dir. Hallo nochmal. Ja, hi nochmal. Die allerbesten Waren. Muss wohl noch was verkaufen können. Ähm... Kopf hoch. Soweit sieht's erstmal mal was gut aus. Stimm der E-Vogel hier. Oh ne. Mach's du hier. Und du bist aber immer da. Halt! Ich habe einen Fieger auf dir. Okay. Glühfrackbind, okay. Okay. Tunica des Überlebenden. DLC, DLC, DLCs. Toil. Glühfrackbind. Was? Erhöht verringerter Schaden. XP, äh... Proteine, Glühreichweite. Okay. Das sieht FD aus. Das Kopfschuss des... Adlerlassers. Ich habe mir einfach DLCs kaufen müssen, Alter. Da sind so krasse Typen dabei. Alter. Ich kann den gar nicht anquatschen. Was hier für heftige Dinger auch dabei sind. Was? What the fuck? Ich kann den bei mir nicht anquatschen. Ja, da musst du ganz komisch stehen, den anzuquatschen. Ah ja, jetzt. Ich muss nach oben gucken. Ja, ist ganz komisch bei dem.